na dann rein gucken wir mal auf ja 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 Jetzt dachte ich gerade, ich vertreibe es nicht im Spiel. Aber das warst du. Soll ich, was soll ich? Fühlst du dich mehr weiblich oder männlich, Barney? Keine Ahnung. Mir ist egal. Egal gibt es jetzt nicht. Fühlst du dich weiblich oder männlich heute? Ja, weiblich. Ehrlich? Nee, aber... Ja, dann nimm doch den Mann, Barney. Ja, ich fühl mich weiblich, danke. Was ist denn das für ein fancy Toastbrot da unten? Ja, das ist das. Hey, honey, can I just take Elephant a sec? All right. Uh, Rose, honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that, uh, we have to do stuff that isn't always very... fun. What we're trying to say, darling, is that... well... Mom and Dad... we've decided... Say hello to my little friend. Okay. Can I go and play in my room? Uh, yeah, yeah, of course. Army, Oida, Manga, Dankeschön für Fünf Hütten und vielen Dank. Das wäre alles nicht nötig gewesen heute, Leute, ehrlich nicht. Dankeschön. Vielen Dank. Ich stecke das in den Stream rein, Leute. Ich stecke das alles wieder in den Stream. Und viel Spaß euch mit den Subs, Leute. Dankeschön. Army. So, jetzt mach mal deinen Voodoo-Zauber da, Junge. Mhm. Dr. Hakim, du musst du mir helfen. Sie müssen zusammenbleiben. Sie müssen zusammenbleiben. Schau. Es heißt hier, Liebe ist Arbeit. Sie müssen es arbeiten. Sie können nicht nur aufgeben. Mom? Dad? Ich wünsche dir, dass du wieder Freunde bist. Oh Barney, das wird unsere Love Story heute, du. Vor allem, wie es richtig fröhlich beginnt, das Spiel. Ja. Also. Oh, Schatz. Du hast Tränen im Haar. Bin dann ich, gell? Hallo? Der krumme Nase. Das sind große Hände, Junge. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Ah! Cody! Why do you look like a blob of clay? Why do you look like a wooden doll? Huh? Look. Ah! 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 Oh! Oh, oh! Oh! What have you done? What? Why do you always blame me? Huh? Yes. Why do you always blame me? Thank you. Oh! Oh! What is that? I'm Dr. Haki, worldwide bestseller and expert on love! Your daughter purchased me. She was lucky. I was the last copy because I was selling the best. Haha! I've kept millions of couples and now I will help you to, to get together again! This is definitely a nightmare. I need to wake up! Oh! No! Oh! Oh, May! May! Oh! 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 You're back! Oh! Oh my God! You can't wake up here! Exactly! Oh! Okay. Um, mister, um, book. So, uh, how do you wake up? Cody! May! You're here to fix your relationship! We just fixed it! Yeah! Yeah! We're, uh, divorcing! Haha! It's all good! No! I will help you fix your relationship! Chapter one! Fix your relationship! Plus! I promise your daughter to fix your marriage! Haha! See, love is like a mountain! Oh! Look! May! May! It's Rose! Come on! Let's get to her! She must know what's going on! You want to kill butterflies floating in the mountains like lovebirds! You know what I'm saying? Hello? Hello? Haha! Hallo? Hallo? Also, ich muss jetzt nochmal fragen, äh, bei dir schau, äh, Englisch, oder? Ja. Well, let's find a way! Hopp! Flitzen ist mit Schiff! Häng dich ran, Brudi! Cody! Help me pull this down! Ja, wie hast Rätsel, Rätsel schon gelöst hat, Emma! They're alive! Haha! What is going on here? I have no clue. But whatever's going on, we can't lower that staircase without those fuses. But... Those fuses? They just... They just ran away! I mean, did you see them on their little fuse legs? Worry about that later. Let's just bring them back. May? May, my body feels weird. Because you're made of clay? Okay. Keep your eyes on the fuses. Okay. Don't you feel weird? I mean... You're made of wood? A bit stiff. Same here. Oh shit! No! It's getting better than running! I hope so! Oh, Cody, will you please focus? Alright, alright! Let's get those fuses! Was? Muss ich in deiner Nähe sein, oder we? Irgendwo dahint ist einer. Nee! Ah! Tschüss! Tschüss! Ich bin da unten ge... Ich bin da unten ge... Äh... Sprung und Steuerung. Oh nee, was? Okay, ich hab's geschafft. Oh nein! Ja, ich bin da mal tot. Nein! Nein! Okay. Nein! Nein! Okay. Oh, scheiße! Nein! Oh, tschüss! Nein! 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 Äh... Halt dein Schnauze! Geh da mal schnell. Zopf backen! Oh Gott, was ist das? Brrrr! Strick! Cody, watch your head! Strick! I am! I am! Strick! Hey, warum siehst du denn... Ich sieh nur den Arsch! Drück! Drück! Ja! Hört sich so! Loll, Sprinten, ey! Wie der Sprint? Gleich tätig! Okay! Okay! Yeah! Ohne Zählen, ey! Please coordinate with me, Cody! Alright! Alright! Äh... Ich muss mich hier hinten rum... Ja, hier ans Ding hängen, oder? Stimmt, ja! Komm her, du Pisser! Hä? No! Nein! Ah! Glaub an's schwarz-gelbe, oder? Ja, wahrscheinlich. Nein! Nein! Hier gibt's ne Säge. Oh, jetzt auch... Wir haben hier ein halbes... äh... Quick-Time-Event. Als zum rüberspringen. Ah! Also, wie du das machst, Timo? Ja, dann schnapp sie jetzt! Oh nein! Haha! Wie du das wieder machst, Timo? Also, geh ein Beispiel! Äh... Oh, maybe that container can help! Hä? Ich hänge irgendwie draussen, aber doch drin. Ja, was machst du? Bewege das Ding doch mal jetzt da! Ja, ich glaube, wir müssen beide rein. Ja, vor allem siehst du, wie ich drin hänge? Ich glaube, ich bin irgendwie reingebaut. Äh... Steck fest. Ich glaube, diese Power sind auf der Säge. Ja! Let's check it out! Also, wie ich das mache? Oh, äh... Super, buddy! Äh... Ja, ich komme nicht raus. Bis man neust... äh... Checkpoint, oder was? Weiss ich nicht, keine Ahnung. Ja, ich steck. Ich warte halt nur auf dich wieder hier. Ja, es ist halt... Was kommt? Was kommt? Wird sie... Wird sie jetzt nicht mit mir spielen? Ja... Nee... Boah! Zu weit hinten, Wahnsinn! Also, du... Spitzenstart... Ja, wo ist das letzte Mal? Ja, also... Du hast ja noch dann in drei Wochen fertig. Das ist das Content, verstehst. Oh, it's trapped! Let's get it out of there! Slippery fella, huh? Komm, steh jetzt mit! Oh, get back here! Oh! Nein! Was machst du denn da? Ja, ich... Ich... Ich habe das Falsche gedrückt. Ja, Mann! Sagst du gerade vorhin 10 Minuten! Hahaha! Mein Kollege legt wo denn? Wo legt er denn? Ja, also ich habe Framedrops. Ach so! Ich muss schnell einen Router neu starten. Ja, wie willst du das denn? Oh! Das habe ich gar nicht gesehen. Haben wir das... Haben wir das letzte Mal vergessen? Nein. Aber das... Müssten wir ja, glaube ich, auch nicht, ne? Nee, das ist unwichtig, ja. Nein! Wtf! Wtf! Ich habe 800 Mal... 800 Mal springen. Nein! Hey, verlauern! Moin! Wow, du hast es alleine geschafft! Ja, klar! Warum denn nicht? Ja, aber... Warum ging es doch nicht, oder? Ja, aber... Gut, wahrscheinlich, weil ich reingepackt war. Oh, shit! Drauf, oder? Oh Gott! Wow, so kam ich in slow motion! Oh, du hast die Seehung, nein! Oh, du hast meine Flip gesehen? Let's do it again! Oh, we're not here to do flips! Oh no! Da oben dran! This is serious! We're hunting fuses with legs! Alright! This is the last one! Let's put it in! Oh, ist der wo der Neustamm? Ja, ich muss schnell schauen. Ich habe mir am Telefon hier im Gebäude. Ach so? Ja, ich müsste schnell schauen gehen. Ja, ich muss schnell schauen gehen. Ach so. Oh, man, ich muss Widen! Can't you really own the people you love?! Can you just let us through?! Come on! I win! But first! There's someone I want you to meet! Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Ta-da! Ah! Oh! What the? Who is that? Why do I recognize your voice? Me? Oh, what? No. We've never met. Sorry. Looks a bit like a vacuum cleaner. Oh, yeah. Because it is your vacuum cleaner. Yo, vacuum, que pasa? You know who this guy is? Let me tell you, this is Cody. You know, the guy who suck up all kinds of crap in your stomach. Oh, no. That's, uh... That's you! You've ruined my bowels with all that crap. Crap? What? I was just sucking up dust. That was it. Just... Oh, that's disgusting. Oh, look. There it is. You call that dust? Well, I mean, you know, some of it, it's... So that's why it broke down. It was your fault. Oh. And you promised him you'd fix me! Thank you. Uh-huh. Instead, you put me away for life in here! Yup. Raaaaah! Uh-oh. Oh! Warum hat der eigentlich ein Eierkind? Wie du erwähnt hast. Ich wusste nicht, dass wir in einem Ort, wo unsere Vakuum-Cleaner sind. Nun sind wir. Vielleicht sind wir hier für immer. Für immer? Keine Chance. Wir werden ein Divorce bekommen. Ja, ich weiß, wir werden ein Divorce bekommen. Aber wir können das nicht, wenn wir zurück in unsere realen Böden kommen. Okay. Lass uns den verdammten Vakuum-Cleaner ziehen. Okay, let's go. Was ist das? So, mal schnell fünf Minuten. Ja, mach auch ein. Warte. He doesn't sound like a book she would buy. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Du weißt, Self-Help-Books are very important to some people, okay? Oh, gut. Äh, spielt ihr mit Friendpass? Äh, ich weiß nicht, ob, äh, Barney das gekauft hat, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen, Damon. Äh, Sleepwalker, ich grüße dich. Moin. Dijoko, moin, ich grüße dich auch. Storchi, schönen guten Tag, El Paletto. Moinsen. Der wird Barney wahrscheinlich auch gleich rausfliegen aus dem Game. Äh, Digga, moin, ich grüße dich, hallo. Äh, dankeschön nochmal an dich, Deben, für neun Monate. Moin, Chichi, dankeschön für 13. Und Hami, dankeschön nochmal für fünf Subs. Vielen, vielen, vielen Dank. Ushas gracias. Freunde der Sonne. Äh, übrigens an der Stelle mal kurz, äh, nebenbei, ja, äh, mal so nebenbei kurz, äh, eingeworfen. Wir werden heute Abend nach dem Stream, äh, werde ich noch ein bisschen im Discord sitzen und ein bisschen trainieren. Äh, also falls ihr Lust habt mitzufahren, äh, ich fahre heute Donington in ACC, offstream. Ich werde auch im Discord sein, falls ihr Bock habt, könnt ihr ja mit dabei sein. Ich schuldige gerade, ob ich noch den Dings hole. Loll, ich kann gar nichts machen. What the fuck? Was ist ein, was ihr wisst? Oh, ja. Was ist ein, wasser Jesus. Oh, ja. Was ist ein, wasser Ohr, ja. Wenn du sagst, ist er in die Zeit. iatek. Oh, ja. Das war schon in der Way Out nicht, deren Stärke. Das vernünftig einzustellen. Na gut. Der ACC Donington ist heute Abend auch mit dem Plan für Lizenzwenden für morgen VMS. Genau, das fahre ich auch, Wurfeleisen. Wenn du mitfahren willst, kannst du gerne in Discord kommen nachher. Das muss ich auch noch machen. Also ich fahre morgen auch das Lizenzwind. Das mache ich morgen auch. Danke übrigens für den ganzen Support heute. Also wirklich jetzt, das wäre nicht nötig gewesen. Dankeschön. Ja, Verlaren, das funktioniert hier genauso. Das funktioniert hier genauso. Ich überlege gerade, ob ich da nochmal kurz eine Schmücke erwähne. Ja. Ja. Ich bin oben Panel. Ja. 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 Ich bin oben. Ich bin oben. Amen. 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 So, war nie jeder da? Hallo. Ah, hast du dich fast vergessen, du? Ah, du hast sogar geschrieben, sorry. Ich war gerade voll in der Zone. Jaja. Ich hab das Internet gehackt. Und ich meins verteufelt. Wieso das? Ja, keine Ahnung, irgendwie, ich muss jeden Tag irgendwie den Router resetten. Das wegen Framedrops und keine Ahnung. Ich muss, glaub irgendwie mal so eine Zeitschaltuhr installieren, dass ihr es jeden Morgen resetet oder so. Ja. Ah, nee. So. Ich hab dir eine Ahnung geschickt. Ja, angenommen. Ich kann... Wollte ich gerade sagen, du kannst den auch auf dem Router einstellen. Dass der Reset in. Ja, bist du sicher? Ja, sollte eigentlich gehen. Kennst du meinen Router oder was? Ach. Ne, aber kann eigentlich, glaub ich, fast jeder Router. Ja. Okay. Ja, dann versuche ich das. Also ich... Also wenn der das... Ist halt einer vom ISP, oder? Also... Also er ist eigentlich nur im Bridge-Mode, oder? Hopp. Achso. Gibt's hier noch was? Was versteckt ist? Wir müssen... Wir müssen den hier... Bist du drinnen? Ich dachte gerade, ich hab gar nichts gemacht, aber ich bin gestorben. Achso. Geh mal rein da. Okay. Hey, was war das denn? Hä? Bin jetzt schon wieder gestorben? Ne, jetzt... Ja, doch. Du musst so jetzt. Ah, danke. Ähm, du? Ja, du musst das Ding da umdrehen. Glaub ich. Sehr gibts. Ja, du musst das umdrehen, wenn du da drauf springst. Mit Steuerung. Ja. Ja, genau. Aber das muss halt so sein. Ja. Warte, jetzt. Jetzt. Also jetzt. Nein! Ah! Voll an der Kante! Der macht immer das gleiche, oder? Nein! Mit Doppelsprung. Versuche ich die ganze Zeit. Geht so. Okay. Oh! Oh! Schon auch nur gewöhnungsbedürftig, das Split-Screen. Hast du Way Out nicht gespielt? Äh, doch. Aber kannst du da nicht umschalten? Nein. Oh, shit! Also... Ich kann auch nicht mehr sehen. Ah, nein. Aber wir... Ja, wir haben es halt am äh... Am Fernseher gespielt. Hopp. Und dann wahrscheinlich auf dem 300 Zoll. Ja, ja. 65, glaube ich. Ja, geh rein da. Oh, shit! Ah, ich kann das auch. Äh... Ja, hier. Bei mir. Huiiii! So, jetzt musst du zurückkommen. Warte. Ne, jetzt. Warte. Jetzt kannst du hier wieder hoch. Was ist das? Richtig, äh... Beifett. Und jetzt ist es richtig. Ah, ja. Was ist das? Okay, hab ich geschafft. Easy. Ah, ich muss da reinspringen. Ah! Ah! Auf! Oh, ah! Oh, ah! Just keep holding that door! Woah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017